Kann ich gut gebrauchen? Ah, Gott, tot! Oder? Ich seh nichts! Ich brauch Fledermäuse. Du, der Scheiße. Okay, auf in den Angriff. Das ist jetzt auch egal. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Eieieieieiei. Nein, das sieht gar nicht gut aus. Nein, tot! Oh, Mist. Zurück zum letzten Kontrollpunkt. Nee, einfach mal stehen bleiben. Denn das war am Anfang unser Fehler. So. Wow. Äh, wir bleiben schön mitten in einer Pfütze stehen. Herrlich. Ja. 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 Und tut mir leid, wenn ich ein bisschen ruhig bin im Moment. Aber, das ist wirklich, wow, das ist gerade so ein, ja komm, mach dir neue Panzerscheren. Ich bin ein wenig, ja ruhig, weil ruhig kann man besser spielen, also konzentriert zumindest. Oh, und da sind wieder die Flettermäuser. Ja, du hast eine bescheuerte Panzerung wieder, ist schon klar. Oh, ich kann die Entfernung nie so einschätzen. Richtig, das ist mein Nachfall. Ja, ist klar. Ja, ist klar, ja, ist, oh Gott. Oh Mann, ey. Wie ich sowas leiden kann. Tue ich dem überhaupt... Weh damit! Doch, ich glaube... Oder? Oh, oh. Jetzt werden Fledermäuse angebracht. Nein, ich... Oh Gott. Tot. Verdammte Scheiße! Wie ging der beschissene Gegner nochmal? Wie ging der beschissene Gegner nochmal? Bei mir ist das Problem, ich habe keine Geduld. Ich bin ehrlich. Ich habe keine Geduld und... Wenn ich hier die ganze Zeit warten muss, dann... Kann ich das einfach nicht. Wow! Okay, so habe ich ihn noch nie versucht. Ah, das war wohl nichts. Eine SMS! Ach. Ah, Mann, 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 Mann! Nein, 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 nein! Weg mit dem Bein! So, das... Wuhu! Und? Hä? Wow! Knapp. Das war knapp. Das war knapp. Das war knapp. Ja! Beiler, halt auf dieselbe Stelle. 50.000 Mal. Ich tue doch die ganze Zeit. Drücken. Oh, oh. Oh. Und... Und... Komm... Boah, weg mit diesem... Scheiß Bein! Oh, du müsstest wie erst nicht anders verdienen. So. Alle guten Dinge sind drei. Bringen wir es hinter uns. Ich hasse spinnen. Und dich ganz besonders. Du bist ein ekliges Scheiß Viech. Bloß weg mit dir! Wieso hat er sie jetzt nicht getötet? Aha. Ah, okay. Nein. Ja, dich kriegen wir noch, du Scheißviech. Du entkommst uns nicht. Fliege und sieh, bam, kaputt. Ich drücke irgendwas hat das, also nach unten. Irgendwas ist an einem Controller, das nicht nach unten will. Oder ich mach das wirklich zu früh. Oh ja, nee, ist klar. Alter Russe. Das nenn ich mal... ...Action. Juhu! Oh, ein Panzer verfolgt uns. Sind wir hier bei Mario Kart? Und nochmal schön landen. So, Baby. Jetzt ist Schluss mit lustig. Schon mal aufgefallen, dass keine normalen Menschen irgendwie draußen sind. In Tokio. Ja, alle schön in ihren Häusern. Oh, ein neuer Stein. Eine Kugel, besser gesagt. Ja. Und womit kann es uns dienen? Natürlich mit der Elektrizität. Die Kugel, besser gesagt. Impressive. Die Kugel, gesagt, du warst. Aber sie sagte, dass du so viel Probleme wärst. Gehen Sie, Mensch. Du kannst nicht gegen die Besten kämpfen. Warum geben ihm eine Wahl? Er ist nur mehr Fleisch für die Messe. Gehen Sie ihn und mit Pran! Hier! Oh, hab ich euch lahm gelegt. Ha! Nimm das. Ach, Schlüpper! Mach ich auch täglich. Ach, du Arsch. Hm. Da hinten, Alter. Okay, Blitzschwuriken haben wir bekommen. Ich sehe mal wieder nichts. Weil hier alles voller Effekte ist. Und die FPS super ein. Ja, die FPS sind nicht gerade auf meiner Seite. Ja, ich sehe mal wieder. Ja! 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 Vielen Dank.